den noch und dann haben wir es dann können wir mit jacky reden aber nach was den brauchen wir nicht mehr fragen das mit dem geld das lohnt sich überhaupt nicht weil ich sowieso einen haufen kohle macht so oder so aber bevor ich den jetzt töten gehe statt ich mich mal wieder mit munition aus ich habe ja fast keine munition mehr okay die rassistischen bastarde sind irgendwo hier drin ein bolle ich brauche mon ich bin in frisco könnte nachschub gebrauchen scheint wohl da drin zu sein wieder mal mitten auf der straße zeigt mir was du hast erst mal p für muni und dann brauche ich mal gucken kann ich hier endlich mal was neues kaufen das brauche ich auf jeden fall dann brauche ich noch das ja das ist sowieso mit einem schuss immer weg linken verbesserungen kann ich nicht endlich mal verbesserungen verlinken vito ich muss vito verbessern fahrzeugverbesserung habe ich schon gemacht antrieb das können wir hier noch sprengstoff voll 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 kann hat man nicht ganz voll ok hat die auch ein schalldämpfer oder das oh die aus auch nicht schlechter die aus schalldämpfer Hm, nicht schlecht. Hä? Ah. Ah, mehr Muni. Kaufe ich doch gern. Ah. Ich gebe mal jetzt hier ein bisschen Kohle aus. Stabilität, 4MP. Nachladegeschwindigkeit. Ne, brauche ich nicht. Oh, spezielle Waffen. Alles gesperrt. Oh Mann. Okay. Na klar. Hau ab. Verdammt. Hier läuft ein Sicherheitsmann rum. Was ist los? Da verprügeln sie Leute, ne? Dreckschweine. Verdammte Nazi-Bande. Drecksacke. Guck sie dir an. Das warst doch nicht etwa du, oder? Hey Mann. Was heißt? Was warst doch nicht etwa du? Komm her. Oh, schön hast du deinen Kissenbezug angemalt. Wunderschön. Ah, scheiße. Wenn ich den jetzt angreife. Hey, Kumpel. Wie geht's? Hey, Kumpel. Hallo. Komm nochmal. Vielleicht hast du dich doch... Versuchen wir es mal hier. Ja, versuch's. Also, im Basteln kriegst du ne Sechs. Sieht echt scheiße aus, dein Kissenbezug. Deine hässliche Fratze drauf gemacht, hä? Verdammter Wichser. Lauf, Bruder, lauf! Und jetzt hier. So geht's ab. Das war's. Dreckschweine, alle erledigt. So muss das sein. Gibt dir vielleicht noch irgendwo ein bisschen Geld? Das wär voll schön. So, das war's. Okay. So, was ist jetzt? Das jetzt noch, oder? Sind wir jetzt hier? Ne, ich muss noch weiter, ne? Ich brauch noch mehr Informationen. Alter, verbleibender Schaden. Oh. Ich muss noch mehr Schaden anrichten. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Aber der Schaden hat mich gerannt. Oh. Boah, das wär knapp gewesen. Er hätt sofort auf mich geballert, wär ich hier jetzt mit der Knarre rumgerannt. Wenn ich du wär, soll ich weitergehen. Ich geh' auch weiter. Scheiß Bulle. So. Auf geht's. Holen wir uns die nächste Information. Es dauert jetzt aber länger wie Drogen. Aber ist ja egal. Ach du Scheiße, Polizei. Ach du Scheiße, Polizei. Hey, ich hab' den geschnitten. Ich mein', er hat mich geschnitten, Herr Officer. Das juckt ja den, die Bullen sowieso nicht. Guck mal, da ist schon wieder der Drack. Dreckschweine, die sind da drin. Wie soll ich den befragen, wenn der da drin ist? Oh, Mann. Oh, Mann. Scheiße. Mit dem Dekan, wo sind wir denn hier? Ist nicht unbedingt die sicherste Gegend, Mann. Wir haben eine Generation von Waschlappen aufgezogen. Früher waren junge Karten als stolz darauf, ihr Land verteidigen zu dürfen. War er das? Ja, war er das. Er war das. So viele Lehrkräfte sind Kommunisten. Was? Was? Leise, leise, leise. Wenn du am Leben bleiben willst, dann erzählst du mir jetzt was über Chester Moroes Geschäfte. Der Bel-Air-Supermarkt. Da geht nach Geschäftsschluss etwas vor. Was auch immer es ist, Mr. Moro versucht es geheim zu halten. Okay, jetzt arbeitest du für mich. Gute Nacht, du Asse. Raus, 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 aua. Oh, Alter, ich hab eine scheiß Weste. Aber wofür? Das frage ich mich schon manchmal. Jetzt ist der Huber zum Drang. Ach, halt die Fresse. Ich bin schon weg. Okay, wo müssen wir hin? Ah, das war's. Jetzt müssen wir nur noch mit ihm, mit Dingen. Mit Jackie reden. Die gute Jackie. Das hat's ja voll gemacht. Warum musste ich den jetzt noch befragen? Egal. Gehen wir zu Jackie. 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 Nee, ich packe nicht hier, ich packe drinne. Im Diner. Ist sowieso gerade niemand da. Okay, Jackie. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Was brauchen Sie? Gar nichts. Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Hm. Weißt du was? Das könnte es sein. Mirrell ist der Mehrheitseigner des Bel-Air-Supermarkts. Als du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Bel-Air namentlich erwähnt, aber ich hab eine Zeit. Zehn Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich geh da mal hin. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. Alles klar. Dann schauen wir uns mal um in dem Supermarkt. Leise. Leise. Hey Mann. Lauft mir doch nicht alle vor der Karre rum. Hey, echt. Los geht's. Gehen wir mal zum Supermarkt. Fett einkaufen. Ein paar rassistische Ärsche. Den Arsch aufreißen. Alter. 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 Der zieht einfach durch, Mann. Der sieht mich doch. Oh. Bullerei. Und nochmal. Ja, also in diesem Stadtteil. Da sind die Bullen richtig aktiv hier. Das ist ja mal richtig. Böse. Alter. Der stand im Weg. Wer parkt denn auch mitten hier? In der Einöde. Hat nicht mal einen Parkstreifen gehabt. Ja, ich fahr wie eine Sau. Aber ich komm trotzdem zu meinem Ziel. Okay. Langsam. Aha. Ein paar Eingänge. Es ist noch nicht Mitternacht. Also warten wir, bis es Mitternacht ist. Bis zum nächsten Mal. sugar 15 ge 혹시 nicht ... broke 13 euer Höhen